Das braucht immer viele von uns. Und das Schöne ist ja, wenn man in einem Team, wenn man gemeinsam an das arbeitet, dass jeder von uns ja was anderes kann. Manche Menschen können besser über Dinge laut reden und in der Öffentlichkeit reden und andere Menschen können vielleicht besser darüber schreiben. Ein Dritter hat vielleicht besonders gute Ideen und ein Vierter hilft dabei, dass es allen gut geht und eine Fünfte schaut, dass möglichst viele Menschen davon erfahren. Und deshalb glaube ich, dass wir schon auch alle wissen müssen und verstehen müssen, dass wir das nicht alleine machen können. Und dass es eigentlich für jeden von uns einen Platz in diesem Problemlösung gibt. AudioJungle 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 AudioJungle